Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn, meine lieben Freunde. Da hinten sind schon hier die Monster unterwegs. Ja, hier ist er wieder, ja. Der Maschinenschlechter ist wieder da, der Schlachter, ja. Der Schlachter ist wieder unterwegs, euch Schlachterinnen besser gesagt. Äh, ja Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin auch wieder dabei und ich erinnere mich jetzt wieder, wo wir waren. Äh, hier waren wir. Guck mal, wie die Sonne durchscheint hier. Ja, ach, da wollen wir mal. Feuer, ne? Feuer. Das sind ja hier nur Wächter, oder? Die patrouillieren hier lang, du. Guck mich mal an, da. Kann ich eigentlich aus der Hocke? Ja, kann ich. Das ist sehr schön, das Pfeil, das Pfeil, das Pfeil im Gesicht. Oh, es ist nicht so einfach. Der Gegner hat mich im Visier. Hier geht er übelst schnell da um. Kann schon einpacken hier. Oh, der hat getroffen. Was macht die? Was bringt die auf den, ohne dass sie schlägt? Alter, ich verrecke hier wieder, ey. Alter, was stimmt denn hier nicht? Hier halt down, was ist mit dem? Die anderen gingen total einfach down und der macht nix. Alter, der stirbt nicht, Mann. Und was war hier mit der Steuerung los? Keiner weiß es. Sehr schön. Auf eine gute Jagd. Ja, jetzt ist auch mal Ruhe hier. Ist das eigentlich immer noch nicht gecleared? Hatten wir doch schon welche getötet, oder nicht? Von der, äh, äh, verseuchten Zone hier. Das kann doch nicht sein. Wo war denn nochmal, da waren doch auch noch so Typen. Ach Gott, hier war ja einiges. Okay, ähm, die waren, glaube ich, sind die hier eher, oder? Zinsen, wir wollten auch sowieso das Gefäß jetzt in die Richtung holen. Das nehme ich für unterwegs mit. Ja, unser Heelsackerl. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen auffüllen. Ah, hier war das Lager, ne? Ja. Hier war das Lager. Okay. Wie kann das nicht getroffen haben? Uh! Alter, fuck. Jetzt kommen die auch noch von da. Was war das? Ein Scan? Jetzt kommt auch noch so... Die habe ich doch schon erledigt, oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die schon erledigt hatte. Ey, was ist das? Alter, bleib dir stehen. Ausgenockt, Junge. Ja, ist gut, jetzt. Wo ist da einer? In's Gesicht. In's Gesicht, Junge. Da brennst du, mein Freund. Da brennst du. Da brennt er. Schön verbrannt er, der Knalli. Ich bin heute nicht gut im Zielen, offensichtlich. Wie war das denn nochmal? Ich bin zwei. Zwei Pfeile. Gibt's Besseres zu tun? Da muss man immer... Das nervt. Ah, vielleicht könnte ich auch mal hiermit arbeiten. Aber die gehen nicht so weit, ne? Das macht Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Stirb jetzt! Oh, der geht doch relativ weit. Ohohoho, den hab ich aber weggefetzt da. Mist. Ich geh da nicht durch. Alter, hier ist Friedhof, Mann. So, jetzt erstmal looten den ganzen Müll. Aber die Area ist immer noch nicht gecleanet, oder? Erstmal hier alles wegluten. Reinholz, hier wird alles gelootet heute. Heute ist Loot Day. Okay. Aber ich dachte, dass ich die da oben schon gekillt hätte. So offensichtlich nicht. So, ja, ja. Komm, weiter loopen. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Noch ein Trank. Schlagscheinglas. Reflektierendes, altes Amulett. Heute geht alles. Übrigens haben wir gerade Samstag, wo ich hier aufnehme. Samstag Mittag. Ich trinke natürlich das beste Spezi, was es gibt. Lecker. Und Borussia Dortmund wird nachher deutscher Meister. Wir spielen gleich gegen Mainz. Aber ich bin schon aufgeregt. Deswegen verzeiht mir, äh, schlechtes Spiel. Aber ich bin, äh, ja. Positiv aufgeregt auch. Aber auch ein bisschen Angst. So, Leute. Was ist jetzt hier für ein Loot? In eurem Lager hier. In eurem lächerlichen. Was ist das denn da oben? Was ist denn das? Könnte ich damit irgendwas machen? Was ist das? Nö. Im Ofen? Das ist doch ein Ofen, oder was ist das? Wundererlinse. Ist auch gut, das ist gut sichtbar hier, die Fässer. Äh, aber hier scheint es irgendwie nichts zu geben. Aber da hinten sind noch Verseuchte. Das nehme ich lieber mit. Aber die haben, irgendwie hat er eine da, meine ich, andere informiert, oder? Sah das nur so aus? Oder was bedeutet das, was der da gemacht hatte? Der hatte so ein... So ein Ding über sich. Ja, gut. Aber hier, äh, so richtig was zu holen war jetzt hier nicht, oder? Oder da unten. In the water. Oh, das Wasser ist kälter als ein Wintermorgen. Äh, hier ist nix. Na gut, die paar Kisten da, aber sonst ist ja hier nix, ne? So war das? Achso. Äh. Ja. Komm ich darüber? Okay, gut, dann machen wir weiter. Dann gehen wir da hinten hin. Das sind noch ein paar Monster offensichtlich. Elendige. Kleine Versager-Monster. Die Bomben sind ganz gut. Hat der Dan recht? Er hat mir das schon mal empfohlen. Huch. Mit den Bomben. Ah, ist klar, ey. Entdeckt. Alter, will der mich verarschen? Ich springe hin zu den Händen, ja? Guckst du richtig? Ich springe zu deinen Kugeln. Alter. Achso, ich hab keine Muni. Ja, ist klar. Wieso stirbst du nicht? Wo ist denn jetzt der Typ eigentlich hin? Hier war doch gerade ein Typ. Da hinten. Was säßt sie? Kann ich mit dir reden? Kann ich irgendwas mit dir machen? Nö. Jetzt bist du einfach nur so ein Typ, ne? Das ist doch langweilig. Boah, was ist das hier für ein Licht? Auf jeden Fall ist hier noch ein Lagerfeuer, offenbar. Jetzt aber mal ernsthaft, ne? Was ist hier eigentlich los? Wie viele verseuchte Maschinen gibt's denn? Die da hinten sind, die verseucht? Ja, sind sie. Die Bernda! Die Bernda direkt! Jetzt bist du alleine Junge! Ausgenockt da! Ausgenockt! Tot! Ah, nicht so schlecht! Nicht so schlecht! Wollte der eine mir gerade helfen oder was hätte ich mal? So, jetzt haben wir wenigstens, sind wir jetzt wieder einigermaßen voll. Allerdings müssen wir das Sackerl auch mal wieder voll machen. Reinholz ist auch wieder ein bisschen weniger geworden. Muss man auch mal wieder ein bisschen einsammeln. Sicher ist sicher. Schwule Speerschaden. Ja, es ist ja schön und gut, aber ich kann mit meinem Speer nichts machen. Und ich finde keinen neuen Speer. Ich verstehe es nicht. So, warte mal. Wo sind wir denn jetzt hier? An dem Feuer? Äh, dann gehen wir jetzt doch erstmal zurück. In die Richtung. In die Richtung. Und holen uns das Gefäß. Das fände ich doch ganz gut. Bisschen Heal. Was liegt hier rum? Achso, das ist eine Blume im Auto. Kofferraum. Ja, nehmen. Kannst du die nicht nehmen? Guck mal, die kann ich nicht nehmen. Wackspiel, ey. Wackkackspiel. Wackkackkack. Ja. So. Jetzt sind wir bald da. Die Frage ist halt immer noch, warum ist diese Zone immer noch nicht gecleared? Ja. Wie viele Typen muss ich denn noch erledigen? So, bin ich schon in dem Kreis? Ja. Bestimmt hier in dem Gebäude da drin. Wenn man da irgendwie reinkommt. Oh mein Gott. Wack. Nooo. Ich weerhauwann. 여러 가지. Ach du je. Wo bin ich denn hier? Wo war ich denn hier? Mal einen Scannerblick. Vielleicht sehe ich irgendwas. Alte Trümmer. Behälter. Ist das das? Ist das das? Das ist es. Gut. Haben wir den auch. Gut. Gefällt mir. Gehen wir gerade noch die Metallblume da hinten holen. Würde ich sagen. Metallblume. Man kann nie wissen wann man das man... Wo bist du denn jetzt? Warte doch auf mich. Metallblumen, Mann. So, warte mal. Erst in die Richtung, ne? In die Richtung. Metallblume. Da ist die Brüllrücken. Das müsste aber eigentlich fast da sein. Wertvolle Rohstoffe? Was? Ach, da ist ein Typ vor uns. Ei, ei, ei. Fast gar nicht gesehen. Aber die Metallblume sehe ich jetzt nicht. Doch, da ist sie doch. Metallblume. Zack. Und er ist tot. Hab ich den schon getötet? Wann hab ich den denn getötet? So, geil. Was sagen hier? Der tut ja gar nichts. Okay. Äh, Entschuldigung. Sind die verseucht? Die sind nicht verseucht, oder? Ei, ei, ei. Heal dich doch mal, ey. Was schieße ich hier eigentlich? Oh, fuck you. Ja, komm, ey. Es ist gut. Ey, die macht die Rolle nicht. Junge. Die Folge ist zu Ende. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Horizon Zero. Ciao.